Ja, hallo, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ja, wieder einiges gefunden. Wird es relativ viel von David Snowden geben. Mitunter auch geht es da um den Sorgerechtentzug. Ja, und wer das dann schauen möchte, sehr gerne bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit, ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.